Okay, let's go! Hallo, ich bin Architekt und ich entwickle seit einigen Jahren schwierige Bestandsimmobilien in Eigenregie, was mir viel Freude macht. Mittlerweile bin ich in der Lage, die Immobilie vorzufinanzieren, also fertigzustellen und dann erst zu veräußern. Vor kurzem habe ich den Wirtschaftsteil der Zeitung immer überblättert und auch zum Beispiel die Finanzkrise hat mich überhaupt nicht gejuckt, da ich alles Geld in die Projekte gesteckt habe. Sie waren quasi meine Sparbüchse. Ich war immer vermögend, aber nicht sonderlich liquide. So konnte ich keinen Quatsch machen und war auch immer ausgabenbewusst. Nun habe ich einige Projekte sehr erfolgreich abgeschlossen, wobei mir die Immobilieninflation durchaus geholfen hat. Ja, das stimmt, die Immobilienpreise sind ganz schön explodiert. Hatten wir letztes Mal schon darüber gesprochen, Vermögen und Liquiditätssituationen, hatten wir mal bei Graham Stephan uns angeguckt, da der ja auch ziemlich dick in Immobilien drin ist. Jetzt mache ich mir aufgrund meiner Liquidität doch einige Sorgen. Ich hatte vor kurzem 1,5 Millionen auf dem Girokonto, in Quammern hoffentlich keine Negativzinsen. Ich habe dann ein weiteres Girokonto mit 100.000 bei einer VR-Bank aufgemacht, 250.000 auf mein Schweizer Konto in Schweizer Franken überwiesen und 100.000 Euro bei Weltsparen in Dollar und norwegische Kronen mit einjähriger Laufzeit angelegt. Okay, das heißt, er geht hier tatsächlich oft Fremdwährungswetten. Es scheint mir ein bisschen sicherheitsbewusster Mensch, aber warum nicht? Ich meine, wenn man 1,5 Millionen auf dem Girokonto hat, muss man überlegen, was man damit macht. 500.000 Euro habe ich dann auf mein Depotkonto bei der Onvista Bank angelegt, mit der Absicht, mit diesem Geld im Intervall Aktien zu kaufen. Da habe ich dann 75.000 in nachhaltige ETFs eingesetzt, die bombastisch gelaufen sind und mit bis zu 200.000 immer mal ein bisschen getradet, auch um die Börse und mich selbst psychologisch ein bisschen kennenzulernen. Okay, sehr cooler Ansatz, also sich zu sagen, okay, ich muss mich mal kennenlernen. 200.000 ist natürlich ein großes Ticket. Also den kleineren Teil, 75.000 hat er auf ETFs gelegt und den größeren Teil nutzt er zum Zocken. Wenn, dann würde ich es eher umgekehrt empfehlen, aber all good. Leider habe ich beim Wirecard-Betrug 25.000 Euro verloren, aber aufgrund der sonst bullischen Situation habe ich das ausgleichen können und ca. 20.000 Euro noch verdienen können. Eine Schwester und ich haben 2021 unser Elternhaus verkauft und hier werde ich noch ca. 800.000 Euro bekommen. Bei dem Jungen läuft's, also es fließt, es fließt die Kohle. Mein zur Verfügung stehendes Gesamtvermögen wird dann also ca. 2,4 Millionen betragen. Mit Immobilien bin ich sehr gut versorgt und schätze deren Wert auf ca. 4 Millionen. Okay, er hat also 2,3 Mio liquides Vermögen und da kommen dann noch mal 4 Millionen Immobilienvermögen dazu. Okay, krass. Für den Notfall habe ich für ca. 200.000 Euro Gold gekauft. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und ich beabsichtige das noch auf 300.000 aufzustocken, wenn der Goldpreis unter die 1.800 gehen sollte. Okay, das heißt, er hat jetzt zugeschlagen, weil es sieht so aus, als wäre er unter 1.000, also hier ganz knapp 1.790 Dollar. Das heißt, er hat jetzt von 200.000 auf 300.000 aufgestockt in Gold. Mein Wunsch ist es nur, mein Geldvermögen so anzulegen, dass es seinen normalen Wert erhält. Natürlich könnte ich für den Rest meines Lebens von meinem Vermögen sehr gut leben, aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass ich das Geld für weitere Sanierungsmaßnahmen an Bestandsimmobilien verwenden kann. Er möchte das Geld quasi möglichst liquide haben. Ansonsten macht so viel Geld für mich und unseren Lebensstandard, mit dem wir total glücklich sind, gar keinen Sinn. Ein sehr, wie nennt man das, bescheidenes, bescheidener Mensch. Sehr gut. Also, was wäre mein Tipp an dieser Stelle? Wir können natürlich keine Anlageberatung betreiben. Wir kriegen natürlich regelmäßig solche Mails. Jetzt nicht unbedingt mit Personen, die hier 6,3 Millionen Vermögen haben, sondern auch ganz in Anführungszeichen normale Fälle. Aber wir können hier keine Anlageberatung tätigen. Ein Ratschlag, also ab diesem Volumen würde ich auf jeden Fall mal bei Gerd Kommer anklopfen, also bei Kommer Invest und mich dort mal beraten lassen. Ich denke, das lohnt sich. Wir können uns aber gerne mal zusammen anschauen, was so seine Ängste sind, was man so machen kann und einfach mal aufschreiben, ja, was so das Ding ist. Im Endeffekt möchte er ja nicht davon leben von diesem Kapital, also beziehungsweise doch, er will schon davon leben, aber er braucht es jetzt nicht unbedingt. Das ist ja der Satz, der hier drin steht. Und er hat halt Angst vor, und das kann ich gut nachvollziehen, Währungsschnitten oder sonstige verdeckte staatliche Maßnahmen. Das könnten zum Beispiel auch Inflationen sein. Wenn er das Geld auf verschiedensten Konten hat, dann könnte das natürlich auch inflationiert werden, was dann nicht so positiv wäre. Ich glaube, es geht eigentlich nur, er will nur die 2,3 Mio sozusagen zu einem ohne Inflationsverlust und geschützt vom Staat verwahren über einen längeren Zeitraum, damit er sich weiterhin im Immobilien-Game austoben kann. So habe ich das verstanden. So sieht es aus, so habe ich das auch verstanden. Also jemand hat hier in den Chat Schweiz geschrieben. Genau, Bitcoin schreibt einer rein. Das ist ja übrigens auch so eine Idee, ja. Da habe ich auch direkt dran gedacht. Wenn jemand so viel Geld hat und mit 200k rumgezockt hat und in Wirecard drin war, hätte ich auch mal als Empfehlung Bitcoin ausgesprochen. Da kann er ja mal locker 100.000 Euro reinhauen oder potenziell mehr, je nachdem, wie wohl er sich fühlt und wie sehr er sich mit der Thematik beschäftigt hat. Dann sollen wir das Ganze mal in Excel aufschreiben. Also wir haben liquides Vermögen, 2,3 Mio. Davon sind 1,8 in Sichteinlagen, 550k auf dem Girokonto, 100k auf einem VR-Konto, das ist vielleicht also so ein Volksbank-Greifeisen-Banken-Konto, dann Schweizer Franken, 250k, Weltsparen 100k. Dann kriegt er die Erbschaft, das geht sehr wahrscheinlich auf das Girokonto. Ich habe es jetzt mal separat aufgeführt, weil es 12,3% von seinem Gesamtvermögen ausmacht. Dann hat er 500k auf seinem Depot. Davon sind 75 in einem ETF, der gut gelaufen sind. Ein Zockerdepot mit 220k und sonstiges Vermögen, was wir jetzt nicht aufteilen können, wo das rein investiert ist, weil wir wissen nur, dass er insgesamt 500 hat. 200 in Gold und 4 Mio in Immobilien. So, jetzt ist die Frage, die sich stellt, was mache ich hiermit vermutlich? Denn er will irgendwie Liquiditäten haben, um sein Immobiliengeschäft weiter vorantreiben zu können, denn wir erinnern uns, sein Geschäft ist, er kauft komplizierte Sanierungsimmobilien, finanziert die vor, also kauft die mit eigenem Cash, renoviert die oder verändert die und verkauft die dann wieder. So eine Art Fix-and-Flip-Geschäft. Man möchte halt keinen Wertverlust und dann möchte ich es vom Staat schützen, weil er mit diesem Kapital halt aktiv arbeiten möchte. Genau. Was halt Add-Risiko ist, sind diese 1,8 Mio. Denn das ist Geldvermögen. Das bedeutet, hier kann er quasi irgendwie enteignet werden oder hier greift auch vor allem die Inflation an, was ja hier bei diesen Titeln hier nicht der Fall ist, beim Gold auch eher weniger. Von daher, was würde ich mit diesen 800k machen? Ja, du hast halt relativ wenig Auswahl. Ich würde einen Teil davon in dein Depot übertragen, würde erstmal auf ein 100-prozentiges ETF-Depot umsteigen. Also die 500k würde ich ein 70-30-Portfolio machen. Sorry für die Leute, die das schon antizipiert haben. Ist halt das Einfachste, ja, oder auch jedes beliebige Portfolio. Du kannst ja ein Fakta-Portfolio machen, du kannst ja ein Core-Satellite, du kannst eben das Portfolio machen, wie du es für lustig hältst. Und dann, was viele schon geschrieben haben, ein Teil davon würde ich auch in zum Beispiel Bitcoin investieren. Wie viel ist denn 1% vom liquiden Vermögen? Okay, ich bin doch dumm, das hätte ich im Kopf rechnen können. Sorry dafür. 23%. Ja, ich hätte 10% eventuell kann er in Bitcoin investieren, wenn er das möchte. 230 ist natürlich nicht sehr liquide. Du kannst zwar Bitcoin jederzeit verkaufen, 200k hätte ich in Bitcoin eventuell investiert. Also, was wäre unsere Suggestion, was man machen könnte, rein theoretisch? Und Chad, jetzt lass uns das zusammen erarbeiten. Also, erstens mal würde ich den ganzen Spaß hier vereinfachen und ein einziges Girokonto machen. Schweizer Frankenkonto und so. Ich würde es ehrlich gesagt ziemlich liquide halten, ja. Ich würde sagen, wir haben gesagt, Bitcoin kann da 10% reinstecken, wenn er das will. Ich glaube, ganz gut zu wissen eigentlich, wie viel so Liquidität er eigentlich tagtäglich braucht für seine Projekte. Wenn er jetzt sagen würde, okay, ich mache immer so schwierige Sanierungsfälle und die Kosten in der Regel so, also sind das Projekte zwischen 300 und 600k und ich mache ein Projekt pro Jahr, dann ist das quasi der Betrag, der über liquide zur Verfügung stehen soll, dass er halt immer was zum Arbeiten hat quasi. Ja. Aber dann könnte er ja die anderen Geldbeträge, also den restlichen Betrag vielleicht ein bisschen längerfristig anlegen und dadurch die Inflation... Vielleicht kann man sagen, hier hätte ich eine Mio draus gemacht, weißt du? Oh, jetzt weiß ich nicht mehr wie viel. 180.000 habe ich dann noch, okay. Dann hätte ich noch 180.000, die hätte ich hier oben drauf gelegt. Weiß ich nicht, wie viel er braucht an regelmäßigem Vermögen. Ich weiß nicht, ob ihm eine Mio reicht. Ich meine, selbst im Immobiliengamesetz hat sich auf ein Vermögen von 4 Mio hochgearbeitet, ist schon sehr respektabel, aber es hat eigentlich immer noch einen kleinen Rahmen. Also ich glaube schon, dass die Projekte jetzt nicht so gigantisch sind wahrscheinlich. Aber gut, man kann nur vermuten. Genau, das wäre mal so eine Simplifizierung seiner Anlage. Ich würde 1,5 Millionen entweder Cash oder Tagesgeld, oder eher Tagesgeld für 1,5 Mio ist Festgeld mit so einer Zinstreppe. Haben wir mal ein Video zugemacht. Also 2,8 Prozent von seinem Gesamt. Gibt es eigentlich so Limits beim Festgeld? Ja, gibt es schon. Aber gut, dann musst du halt über mehrere Festgelder aufteilen. Und dann beim Depot hätte ich gesagt, ESG, ETF-Portfolio, hätte ich mal so den größten Teil reingesteckt. Das sind ja auch nur 5 Prozent, also von seinem Gesamtvermögen. Da hätte ich den größten Teil, sein Zockerdepot auf maximal 100.000. Ich meine, er hat sich ja schon die Finger mit Wirecard verbrannt. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass er da ein bisschen entspannter dran ist. Und diese 200 hätte ich auch platt gemacht und auch ins ETF-Depot, weil ich weiß jetzt nicht, wie sich das zusammensetzt. Aber ja, so würde ich sagen, kann man sein Portfolio eigentlich ganz gut vereinfachen. Indem er zum Beispiel sagt, okay, 500k stecke ich in ein ETF-Portfolio, 100k stecke ich in mein Zocker-Portfolio, 1,5 habe ich liquide für meine Immobiliengeschäfte, einen kleineren, also für seine Verhältnisse kleinen Teil, sind ja nur 2,8 Prozent von seinem Gesamtportfolio. Ein Teil kann er zum Beispiel in Bitcoin investieren, habt ihr ja drüber, habt ihr ja suggested. Ansonsten Goldposition würde ich jetzt mal nicht anfassen. Es scheint ihm wohl irgendwie wichtig zu sein, 4 Millionen in Immobilien und den Rest ins Gesamtvermögen. Natürlich ist die Tendenz immer gut, wenn er, je mehr er zum Beispiel in diese weltweite Aktienportfolio stecken kann, weil das ist halt das, was langfristig wachsen wird. Aber vielleicht hat er sich erst seit kurzem mit unseren Videos beschäftigt. Wäre so eine Simplifizierung, wie ich es mir denken würde, dann hat er auch weniger Risiko. Die einzige Risk-Position sind hier die 1,5 Mio, die quasi durch Inflation angefressen werden können und so. Aber im Endeffekt ist das ja sein Working Capital, wie das im Unternehmerischen heißt. Und Working Capital ist ja wichtig, wenn du mit Immobilien arbeitest. Ansonsten muss er selbst definieren, was halt so sein Working Capital ist, also wie viel Cash er braucht. Und den Rest würde ich dann halt aufs Depot packen. Vielleicht nicht unbedingt On Vista, es gibt ja auch Alternativen. Und über die Goldposition würde ich halt auch nochmal nachfragen, hey, was ist das für Gold? Wo liegt das? Ist das physisch? Und solche Dinge. Also nicht, wo liegt das, um vorbeizukommen, sondern ihr wisst, was ich meine. Also das war soweit unser Portfolio, wo wir mal drüber sprechen wollten. Von der Mail, die wir eigentlich ziemlich amüsant fanden, dass uns da jemand mit so einem Vermögen halt fragt. Und dass man dann halt auch ganz gut sehen kann, ja, auch solche Leute machen sich Gedanken über Geld, denen es ja schon mal ganz gut geht. Aber man sieht halt ganz klar, was seine Fachkompetenz ist. Und seine Fachkompetenz ist Immobilien. Und dann, was das Thema Geldanlage am Kapitalmarkt und solche Dinge angeht, würde ich mir an seiner Stelle da eine kompetente Beratung holen. Auch nicht auf den erstbesten Zug aufspringen, sondern würde mich da kompetent beraten lassen. Und auch das entsprechende Geld in die Hand nehmen, die so eine Beratung dann kostet. Auf jeden Fall Honorarberaterbasis. Also Honorarberatung oder sowas wie Gerd Kommer oder genau, also halt ein Vermögensverwalt, mit dem er halt über das Thema Kapitalmarkt sprechen kann. Gut, that's it soweit. Ich hoffe, dir hat dieser kurze Überfluss-Clip gefallen. Wenn ja, lass uns doch gerne einen Daumen hoch da und schau dir gerne die weiteren Clips hier oder hier an. Und wenn du in Zukunft keine Highlights mehr aus unseren Streams oder Interviews verpassen möchtest oder einfach Clips aus der Finanzfluss-Welt, dann solltest du Überfluss auf jeden Fall abonnieren. Bis zum nächsten Mal.